Hallo und herzlich willkommen zu Counter-Strike Global Offensive mit JustDifferent Mit mir, Staffan Heute spielen wir Counter-Strike Global Offensive Deathmatch Nach der letzten Runde Gelegenheit des Spiels, was nicht so cool ist, finde ich Ich finde Deathmatch am besten Betrösten ist auch sehr lustig Gut, über das Thema, was ich mit euch heute reden will, ist Und sie haben die Videos Ganz oben rechts oben Seht ihr so ein weißes Wurfzeichen Und da klickt ihr auf und seht Like, dann seht ihr Empfehlungen Oder auch Äh, andere Kanäle Playlists, Videos und Abstimmungen Das ist jetzt das Stichwort Nämlich 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 bei Abstimmungen Mach ich Manchmal in manchen Videos Sachen, was euch zu zeigen Ich wollte es mal ausprobieren, was habe ich in meinem Minecraft Video getan Ich will jetzt behaupten, das war in Minecraft Äh, Sky Wars 5 5, okay Ich nehme einfach mal jetzt 5 der Ich will es mal behaupten, das ist da drin Schaut schon mal gern vorbei Und da wird sowas sehen Das ist eine Abstimmung In diesem Video wird es auch eine Abstimmung geben Und Und Ich hab Ich Ich hab gesehen Das Minecraft Der verdammt kommen ist bei ich Ist Best Angekommenste Video Und 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 Top 10 Videos Ist Das Viermal vorhanden Als Da Kann man sich schon denken Ist das gut ankommen bei euch Und Countess by Global Offensive Ist auch ein Video dabei Und Ich spiel's auch sehr gerne Deswegen Will ich es ja auch nicht aufhören Auf Ähm Auch deswegen Will ich nicht Ähm Irgendwie Warface aufhören Ich hab erst eine Folge hochgeladen Aber Ich mein Es macht schon so Und Es Kommen ja auch noch viele Updates Weil es die kostenlose Spiele ist Könnt ihr es ja auch alles spielen Ohne es zu kaufen Und Das ist halt Nicht schlecht daran Und Deswegen Will ich es auch weiter hochladen Die zweite Folge kommt eh bald Zum Beispiel Ähm American Truck Simulator kommt auch gut an Da wird die zweite Folge auch bald kommen Und Ich hab mir überlegt Dass wir bei Ungefähr 50 Abonnenten oder so Und Momentan zu diesem Zeitpunkt Habe ich 12 Gewinnspiel vielleicht machen Wo es vielleicht Einen Spiel zu gewinnen gibt Oder Irgendeine Bei Bei E-Self Card Oder Bei E-Self Card Keine Ahnung Aber erst Bei 5 Abonnenten oder Später Aber es wird auf jeden Fall ein Gewinnspiel geben Das ist klar Und ich hoffe ihr seid dabei Es sind zwei Tage Es sind zwei Tage keine Videos gekommen Es tut mir sehr 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 leid Ich bin leider nicht zum Aufnehmen gekommen Weil ich mit meiner Familie Und Damino Damino kennt ihr wahrscheinlich von diesem Kanal Ehm Einen Ausdruck gemacht habe Da ist es nicht ausgegangen Ein Video Nice shot Zu machen Geschweige hoch zu laden Und diese Hündchen tanzen Okay Deswegen ist es sich nicht ausgegangen Ich hoffe Es macht nichts als Fehl Ich hoffe ihr versteht das Ich bin sehr stolz auf unsere Abonnenten Auf euch also Weil sie auf fest Kommentare schreiben Und auch andere Leute Die nicht Äh Die nicht Abonnenten sind Auf fest Kommentare schreiben Mir macht es ja sehr glücklich Und Ich Will Youtube auch weiterhin machen Und Eine spezielle Sache Was kommt jetzt Ist Auch Vlogs Und Auf dieses Freue ich mich 2017 In Stand Sommerferien Ungefähr Ich werde ich Wohin fahren Wohin fahren Und Ich werde dort auch Vlogs machen Und Ich hoffe euch Wird das gefallen Aber auch früher machen Mache ich schon Wohin Weil ich das einfach mal versuchen will Und Mich zeigen will Ich hoffe euch wird das schon gefallen Wenn ja Wenn ihr wollt Schreibt es in die Kommentare Und Wenn Euch das Video erzählt Schreibt es auch in die Kommentare Und wenn ihr ein Handy Programm kennt Aufnehmt Und Aufnehmt Also Es Gibt Schon Einiges Ich werde ja heute eine Abstimmung machen Habe ich eh schon verraten Also Bitte schaut vorbei Oben rechts Ich werde auch ein kleines Video dazu machen Wie das funktioniert Weil Die meisten Leute Wissen Mal wie man das aufruft Das ist ein bisschen blöd Und Wenn ich sowas mache Und keiner weiß Wie es geht Also Bitte Leute Schaut In die Beschreibung auch Da werden sie ja Playlists Und Sonst Findet ihr es Rechts Oben In der Ecke An dieser Runde habe ich jetzt nicht so gut gespielt Ich Bin nicht so richtig Multitask fähig Als ich rede Und Erzähle Und Weil Auch noch gut spielen soll Das funktioniert bei mir nicht so ganz Aber ich hoffe das hat nicht so gut gemacht Also nicht die beste Folge Aber Sonst Ja Ne Ihr könnt doch gerne mal In die Kommentare schreiben Was die beste Folge Kaun des Verklopperlovens war Euch meine noch mal Und Es wird wahrscheinlich eine Special Folge geben Bei der Zehnten Oder zwanzigsten Folge Ich bin nur nicht sicher Ich Eine Special Folge zum Beispiel Könnte Dann länger werden Ja Und Deswegen Weiß ich nicht Wie gerne ihr das Let's Play schaut Weil Minecraft kommt ja am besten an Es ist Der Kanal sollte kein Minecraft Kanal werden Es sollen schon viele Minecraft Videos kommen Aber Es soll kein reiner Minecraft Kanal werden So viel Platz Hätte ich mal geschossen Ja Schön Schieß nur Schade Weil ich gerade dabei bin Ich habe vorher eine Statistik gesehen Das Letzten Monat Über 10 Millionen Spieler Diese Spiele gespielt haben Und da habe ich mir gedacht WDF ist Aber Wir sind auch hier schon Am Schluss angekommen Wir sind ja nicht mal Let's da Okay Wie wird Wie ich das geschafft habe Weiß ich nicht Dass wir nicht Letzter sind Ich werde euch sagen Das ist so ein kleines Infovideo Mit Countess Like Let's Play dazu Ja Ich hoffe ihr euch hat gefallen Die Infos auch Liken bitte nicht vergessen abonnieren Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt Auch in andere Let's Plays laufen bleiben wollt Und Ja Hier besteht nochmal Okay Bis kurz Wie viel Player Lärmst Oder Okay Wie viele Spieler das letzte Mal Spiele So wollte ich euch noch zeigen Dann Bis zum nächsten Mal Leute Und Viel Spaß Gut Tschüss